Ihr wollt mein Plugin? Das könnt ihr haben. Irgendwo tief in der Videobeschreibung habe ich das beste Plugin der Welt versteckt. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DonF204 und nein, es ist nicht versteckt. Es ist einfach ein Download-Link in der Videobeschreibung und es ist auch nicht das beste Plugin der Welt. Aber wofür ist es überhaupt da? Ganz einfach. Das ist eigentlich wirklich easy zu verstehen. Nein, das Plugin ist dazu da, um beliebige Events von beliebigen Maps auf die aktuelle Map zu kopieren. Wenn ich beispielsweise ein Event von Map Nummer 3 oder Nummer 2 einfach auf Map 1 kopieren möchte, geht das aktuell nicht. Es gibt zwar den Befehl Ereignis Standort festlegen, aber mit dem kann man nur Ereignisse auswählen, die sich auf derselben Map befinden. Es geht also nicht, von einer anderen Map auf diese Map zu kopieren. Und da kommt dann mein Plugin zu tragen. Ihr geht in die Videobeschreibung, klickt auf den Download-Link und wählt Copy Event aus. Das ladet ihr euch runter und dann geht ihr in den Spielordner, dann zu JS, dann zu Plugins und dort kopiert ihr euch das Ganze einfach hinein. Das Plugin funktioniert nur mit dem RPG-Maker MZ und nicht mit dem RPG-Maker MV. Das sei nochmal dahingestellt. Falls ihr es für den MV geportet haben wollt, schreibt es in die Kommentare. Wenn genug Leute Interesse haben, dann würde ich das vielleicht auch auf den MV porten. Aber da verspreche ich nichts. So, aber MZ-Nutzer können einfach weiter gucken und Spaß haben. Let's go. Was machen wir nun? Nun gehen wir in den Plugin-Manager und wir richten das Plugin ein. Wir wählen aus, Copy Event heißt es. Und lassen das erstmal alles durch. Ich erkläre danach im Grunde, wofür die Parameter sind und so. Gut. Wir übernehmen. Drücken auf OK. Und nun können wir eigentlich schon loslegen. Aber weil wir schon mal dabei sind, klickt auch auf Like. Nicht den Like-Button vergessen und den Abo-Button, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Aber weiter im Text. Gut. Damit fügen wir ein paar Inhalte in unser Event hinzu. Da kommt nämlich dann der Plugin-Befehl rein. Und mit dem können wir dann beliebige Events von einer beliebigen Map reinkopieren. Copy Event wählen wir aus. Befehlsname Copy Event. Und bei den Argumenten brauchen wir die Map-ID, die Event-ID, um herauszufinden, welches Event wir überhaupt kopieren wollen. Und die Koordinaten, wo es hin soll. Gut. Die Map-ID steht, wenn man bei der Map rechtsklickt auf Bearbeiten und dann steht die hier oben in der Ecke. Da steht die Map-ID. In meinem Fall ist das die Map-ID 3. Die Nullen davor, lasst die einfach weg. Und die Event-ID steht entweder hier in der Event-Leiste. Vom Zombie D1, vor der Wifo D2 oder in den Events links oben in der Ecke. Da stehen auch nochmal die IDs. Gut. Tragen wir das Ganze ein. Wir wollen Map-ID 3 war das. Und wir wollen Event-ID 2. Das war unsere Waifu. Wir wollen, dass die lila eine Hexe noch eine weiße Hexe neben sich zaubert. Und da brauchen wir dann die Koordinaten. Die lila eine Hexe steht auf Koordinate 8, 5. Also nehmen wir einfach direkt daneben 9 und 5. Drücken auf OK. Auf Übernehmen. Und nochmal auf OK. Und dann sollte das Ganze jetzt funktionieren. Wir starten. Und testen es einfach mal aus. Zack. Bumm. Da ist die Hexe. Let's go. Und wenn ich sie anspreche, funktioniert auch alles. Warum siehst du mich so komisch an? Und wenn ich sie nochmal anspreche, sagt sie was anderes. Über Self-Switch. Geh weg. Kann ich dann nachher nochmal zeigen. Also das funktioniert alles. Self-Switches funktionieren. Map-Wechsel funktioniert. Ich kann auch speichern und neu laden. Das funktioniert. Die Hexe funktioniert immer noch. Und alles einwandfrei. Also ihr seht, das Ganze funktioniert sehr gut. Und ich kann euch jetzt auch noch ein praktisches Beispiel zeigen. Also praktisch in Anführungszeichen. Wenn man zum Beispiel Gegner von einer beliebigen Map auf die eigentliche Map kopieren möchte. Zum Beispiel die Zombies. Dann kann man da jetzt eine andere Map-ID eingeben. Äh Quatsch. Eine andere Map-ID. Sorry. Eine andere Event-ID. In meinem Fall die Zombies. Die 1. Und dann wird hier ein Zombie hin teleportiert. Und wir können mit dem Zombie interagieren. Und haben dann einfach mal einen Gegner, der hier gespawnt ist. Und dann BAM. Löst das einen Kampf aus. Und löst Kobolde aus. Okay, das habe ich falsch eingestellt. Passiert. Er löst natürlich den Kampf-Zombie aus. So. Er löst natürlich den Kampf-Zombie aus. Okay, muss ich jetzt nicht zeigen. Ihr wisst, das war ein kleiner Fehler von mir. Aber hey, so ist das im Leben. Ist ja nicht schlimm. Gut. Soweit so gut. Jetzt kommen wir zu den Parametern. Da haben wir zwei Parameter. Ähm, falsch. Da haben wir zwei Parameter. Einmal usedGameVariable. Und persist. Persist steht dafür, ob das Event gespeichert werden soll. Beim Map-Wechsel. Wenn ich jetzt auf Aus drücke. Und übernehmen und okay. Und dann den Zombie hinzufüge. Und jetzt einfach die Map wechsle. Dann ist der wieder weg. Der Zombie. Und jetzt kann ich auch nochmal zeigen, dass auch wirklich der coole Zombie-Kampf kommt. Viel besser. Ähm. Genau. Und das bedeutet dann quasi, dass beim Map-Wechsel dann die Events auch wieder zurückgesetzt werden. Das kann sehr praktisch sein, wenn man das möchte. Wenn man es nicht möchte, dann lässt man das einfach auf an. Auf True. Ups, jetzt habe ich auf Abbrechen gedrückt. Dann lässt man das einfach auf True. Und dann bleibt das auch gespeichert. Und dann gibt es noch UsedGameVariable. Weil, um das Ganze zu speichern, muss man auch noch eine Game-Variable auswählen. Ich habe jetzt hier die Game-Variable 1. Die habe ich jetzt Event-Speicherort genannt. Ähm. Da werden dann die Events alle gespeichert. Das bedeutet natürlich auch, mit jedem generierten Event wird der Speicherstand immer größer. Das sollte klar sein. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Also generiert nicht einfach eine Million Events. Dann wird der Speicherstand immer größer. Das ist klar. Es werden alle Maps, alle generierten Events gespeichert. Ähm. Aber ihr könnt natürlich auch einstellen. Dass beim Map-Wechsel die Events wieder gelöscht werden. Dann wird auch natürlich da die Game-Variable wieder resettet. Das heißt dann wird der Speicherstand nicht größer. Das ist auch sehr wichtig zu wissen. Also um Speicherplatz, in Anführungszeichen Speicherplatz. Das sind ja auch nur Kilobytes, Megabytes, etc. Ähm. Um Speicherplatz zu sparen, drückt ihr hier auf Aus. Ähm. Genau. Dann werden die aber natürlich nicht gespeichert. Nur rein informell. Ähm. Dass ihr das Ganze wisst. Ihr braucht eine Variable. Die müsst ihr dann frei halten. Ähm. Standardmäßig ist Variable 1. Aber die ist vielleicht bei eurem Projekt bereits belegt. Und dann wählt ihr einfach eine andere Variable. Beispielsweise Variable 20. Und macht da den Event Speicherort raus. Event Speicherort. Oder Speichervariable oder so. Oder ihr nennst es wie ihr wollt. Ist ja egal. Als Beispiel. Und dann wird das auf der 20 gespeichert. Und nicht mehr auf der 1. Okay. Das war es soweit. Mehr gibt es nicht zu sagen zu dem Plugin. Ich hoffe das Ganze gefällt euch. Lasst ein Like da wie gesagt. Lasst ein Abo da. Danke an meine Channel-Members. Ähm. Crazy Easy. Kizaragi. Shadow Dong. Quayuzzi. Murdoch Murphy. Mr. Drachenteufel. NaFryu Love. Das sind meine Tier 2 Channel-Members. Danke für den Support. Und dann bin ich jetzt wirklich raus. Jesus.